Vielleicht wissen das einige von Ihnen, ich habe sehr viele Jahre als Anwältin gearbeitet, habe sehr viele Familiensachen gemacht und habe auch aus dem Zusammenhang weiß ich, dass Gewalt gegen Frauen kein Randproblem unserer Gesellschaft ist. Es kommt in allen Familien, in allen Altersklassen, in allen Gehaltsklassen vor. Alleine im Jahr 2019 hatten wir fast 4000 Fälle von häuslicher Gewalt in Schleswig-Holstein. Das ist eine riesengroße Zahl und deshalb freue ich mich, dass Sie sich dieses Video angucken. Bitte nehmen Sie auch die Botschaft dieses Tages mit. Es geht nämlich darum, dass es Hilfe gibt, dass es Telefonnummern gibt. Geben Sie die Nummern weiter. Sie stehen auf allen Brötchentüten drauf. Sie stehen auch auf dem Plakat, was ich eben hochgehalten habe. Sagen Sie das Ihren Freundinnen, Ihren Familienmitgliedern, all die, wo Sie das Gefühl haben, Sie können das brauchen, das ist ganz wichtig, man kann sich Hilfe holen, bitte tun Sie das auch. Und liebe Freundinnen und Freunde, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Jahr.